Robert Lewandowski darf nicht zu Real Madrid, Mats Hummels könnte vor dem Absprung stehen und Jan Fiete ab will wohl zu den Bayern. Das ist die Idee des Tages, mein Name ist Nico, los geht's! Noch 87 Tage bis zum Auftrag der Weltmeisterschaft und unsere heutige News kommt aus Polen, slash München, slash Madrid. Obwohl Robert Lewandowski derzeit gefühlt 4,5 Bundesliga-Tore pro Spiel schießt, kommt, wenn man seinen Namen googelt, als allererstes mal Robert Lewandowski, Real Madrid. Und das aus einem einfachen Grund, gefühlt seit fünf, sechs Jahren wird in jeder Sommerpause darüber spekuliert, ob der polnische Superstar zu Real gehen könnte. Und trotzdem scheinen diese Meldungen größteils heiße Luft zu sein und das, obwohl er in Mundo Deportivo am Samstag berichtet hatte, dass sich Lewandowski und Real Madrid auf einen Zwei-Jahres-Vertrag geeinigt haben sollen. Doch Bayern schickt dem Ganzen jetzt eine Regel vor. Demnach soll der FC Bayern intern einen Beschluss gefasst haben, dass Lewandowski, egal wie hoch das Angebot im Sommer ist, keine Freigabe bekommt und seinen Vertrag bis 2021 erfüllen soll. Ist ja schön, dass wir das jetzt sagen, aber wenn im Sommer 150 Millionen für Lewandowski auf dem Tisch liegen, dann will ich erst mal sehen, wie sie da Nein sagen. Wir bleiben bei den Bayern und die haben ja immer noch nicht bekannt gegeben, wer denn der neue Trainer für die neue Saison sein soll. Und während ich immer noch mein Geld auf ein weiteres Jajob-Heinckes setzen würde, scheint Thomas Tuchel ein heißer Kandidat zu sein. Doch wenn Tuchel kommt, dann will ein Mann gehen, Mats Hummels. Und wenn Thomas Tuchel tatsächlich der neue Bayern-Coach werden würde, dann hieße das wohl, dass Mats Hummels sich verabschiedet. Denn die Beziehung der beiden soll aus den gemeinsamen Dortmundern Tagen so kaputt sein, dass Hummels unter gar keinen Umständen mehr unter Thomas Tuchel arbeiten will. Und, Überraschung, wenn immer ein ehemaliger BVB-Spieler irgendwo unglücklich ist, was passiert dann? Richtig. Dortmund holt ihn zurück oder redet zumindest darüber. Bei Götze hat man es gemacht, bei Sahin hat man es gemacht, bei Kagawa hat man es gemacht, bei Mkhitary hat man darüber gesprochen und nun soll wirklich Mats Hummels der Kandidat sein, wenn er dann unglücklich bei den Bayern ist, der zurückgeholt werden würde. Wäre natürlich eine Traumvorstellung für alle BVB-Fans. Am Ende des Tages sind sie auch wieder mit Götze zufrieden. Liebe Dortmund-Fans, erklärt uns das mal bitte. Ihr habt ja, Mario Götze wurde ja inzwischen auch wieder mit offenen Armen empfangen. Würde Mats Hummels denn willkommen sein in Dortmund oder hat man da keinen Bock drauf? Schreibt's Floh mal und das Fakt ist. Und wir bleiben irgendwie bei den Bayern. Heute also sehr sehr bayerische Daily News. Wobei, eigentlich kommt diese News aus Hamburg und zwar von unser aller Lieblings-Supertalent Jan Fiete ab. Und jetzt einmal gut aufpassen, ob ihr das alle mitbekommen. Das Onlineportal fußballtransfers.com beruft sich auf Informationen, die sie aus dem HSV-Vorstand haben wollen, dass Jan Fiete Arp wohl bekannt gegeben hat, dass er, wenn der HSV absteigt, zu den Bayern gehen will. Sein Herz hängt am HSV, aber wenn der HSV absteigen sollte, muss man sich fragen, ob es sinnvoll ist, in die 2. Liga mitzugehen, sagte Falco Arp, Vater des Stürmers, vor zwei Monaten im Sport-Buzzer-Interview. Und der HSV ist im Abstiegsfall einfach wirklich auf jeden Cent angewiesen und es wäre eine gute Chance, mit Jan Fiete Arp ein paar Millionen reinzuholen. Denn so richtig viele andere Spieler, die Geld reinbringen werden, hat der HSV derzeit einfach nicht. Wenn Fiete Arp dann zu den Bayern gehen würde, würde er sich höchstwahrscheinlich die erste Saison vielleicht sogar zwei ausleihen lassen. Und wo wir gerade von Sturmtalenten reden. Was Jan Fiete Arp für den HSV ist, sollte Renat Dadaschow für die Eintracht sein. Dadaschow gilt seit Jahren als riesiges Sturmtalent, aber der Junge hat das ein oder andere charakterliche Problem. Zuerst war er mit 15 zu RB Leipzig gewechselt, weil er dort richtig viel Kohle verdienen konnte. Dann kam er zurück zur Eintracht, wurde im Winter suspendiert, weil er ins Trainingslager ein bisschen chubby mit Übergewicht zurückgekommen ist. Und jetzt soll er in der Kabine einen Mitspieler geschlagen haben und ist bis auf weiteres suspendiert. Genug ist einfach irgendwann genug. Und das war's für heute und wir sehen uns zur nächsten Ausgabe der Daily News. Oder? Zu Fakt ist, jetzt gleich um 16.30 Uhr online. Keine Ahnung. Vielleicht Mandela und Boom. Könnte sein. Boom! 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 Boom!